hallo ihr lieben ich möchte euch heute mal erzählen wie es mir in der letzten zeit ergangen ist ich hatte eine gallenblasen op und würde es heute nicht wieder machen ich hätte bei mir war sie nicht entzündet ich hatte gallengries manche sagen auch gallensand und ja das erste mal hatte ich das vor drei jahren da war ich dann auch damals weil ich ziemlich starke schmerzen hatte auf der rechten seite unter dem rippenbogen bisschen im rücken oben und ich bin und magenschmerzen irgendwie auch immer da war ich damals zum arzt er hat nichts gefunden naja und nach ein paar wochen war das dann auch plötzlich wie verschwunden da hatte ich drei jahre ruhe und im oktober 2019 letztes jahr da kamen die schmerzen wieder richtig schlimme koliken ja und weil der arzt nicht auf hatte es war abends bin ich dann in die klinik da ist ja so eine ambulante sind ambulante ärzte und die tippten gleich auf gallenblasen auf so eine idee war ich gar nicht gekommen bis dahin die hatten halt ultraschall gemacht haben gesagt da ist gallengries das muss die gallenblase sein ja dann habe ich mehrere termine gekriegt zur untersuchung ich sollte noch eine magenspiegelung machen zur sicherheit eine darmspiegelung und als alles so durch war hatte ich die schmerzen schon gar nicht mehr also die sind auch nach kurzer zeit dann wieder weg gewesen nach ein zwei wochen es ging mir richtig gut wieder ich habe überhaupt nichts mehr gehabt aber nun hatte ich ja angst die schmerzen sind wirklich schlimm wenn du die hast diese koliken und ich hatte angst das kann ja jederzeit wieder kommen man hat mir dann auch gesagt es könnte sich auch entzünden und dann wäre das alles viel komplizierter und so und naja dann habe ich gedacht besser ich lasse sie rausnehmen dann habe ich nie wieder schmerzen naja und im januar 2020 jetzt mitte januar hatte ich dann die op klar danach hatte ich als ich aufwachte ja erstmal schmerzen von der op das wurde aber jeden tag besser ich durfte gleich nach dem ersten tag also nach einem tag durfte ich schon nach hause und hatte ein paar schmerzmittel mitbekommen aber die brauchte ich kaum nehmen es war auszuhalten und ja nach einer woche waren dann diese op schmerzen auch weg ja und dann habe ich halt auch wieder ein bisschen mehr gemacht so und plötzlich nach zwei wochen hatte ich wieder schmerzen und auch ziemlich heftig und genauso wie bei der op halt hinten schmerzen wo halt die op war an der seite also ja schmerzen waren wieder da ja und dann habe ich gedacht habe mich überanstrengt oder so habe mir dann habe versucht ein bisschen das ruhiger anzugehen nichts zu tragen und so aber sie sind geblieben bis heute ich habe immer wieder und es ist zwischendurch meine pause aber jeden tag habe ich unter dem rechten rippenbogen schmerzen hinten im rücken und im oberen magen ja und eigentlich auch ganz schön ähnlich wie vor der op nur also wie die koliken nur nicht ganz so heftig und dann muss ich sagen vorher war das aber so dann hatte ich das vielleicht mal ein zwei wochen dann war es verschwunden und dann war es lange weg und vielleicht wäre es auch nie wieder gekommen denn nach der op hat mir die ärzte noch gesagt ja da waren nur ganz wenig geilen grieß drin ich weiß nicht ob das die schmerzen ausgelöst hat müssen wir jetzt sehen wie sich das weiterentwickelt ja und dann war ich natürlich schon so gott so eine op machen und dann ohne grund eigentlich das will ja keiner und dann habe ich mich ein bisschen geärgert aber ich habe mich jetzt damit abgefunden das ist jetzt knapp drei monate her weil man kann es ja nicht mehr ändern ich kann es ja jetzt nicht mehr rückgängig machen nochmal würde ich die op nicht machen wollte ich euch mal sagen ja ich habe mich halt im internet auch ein bisschen so gelesen darüber wodurch kommt so was das kann schon sein durch diäten ich habe immer schon viele diäten ausprobiert wisst ihr ja habe ich ja schon in meinem ersten video auch erzählt ja wie gesagt wahrscheinlich weil ich halt sehr sehr auf fett verzichtet so wenig fett wie möglich und dann können sich er kann sich geilen grieß bilden allerdings kann der geilen grieß auch von ganz alleine wieder verschwinden ja was soll ich machen habe ich ja die op gemacht ich hoffe die schmerzen werden damit der zeit auch weg gehen ich kann mir nicht vorstellen dass das für immer bleibt das wäre ja echt ätzend das nervt schon sehr sie sind auszuhalten aber nervig manchmal stärker und manchmal halt nur so ein bisschen so ja du spürst das halt aber kannst das auch aushalten also so schlimm sind sie nicht wie die gallenkuliken trotzdem muss ich sagen nochmal würde ich die op nicht machen es hätte ja sein können dass es auch ganz verschwindet es war ja kaum noch was drin ja das habe ich ein bisschen bereut also wenn ihr keine gallenblasenentzündung habt und es nur gallenkries ist und die ärzte euch nicht sagen es muss unbedingt gemacht werden macht es lieber noch nicht vielleicht kommt es ja auch nie wieder ja das waren fehler das wollte ich euch mal erzählen und dass sowas halt durch diäten vorkommen kann dass sich da gallengrieß bildet bis dann tschüss